ein raum für entspannung in dem man seine gedanken laufen lassen kann lebensraum das ist meiner meinung nach die aufgabe eines gartens als ich neun zehn jahre alt war war für mich klar dass ich landschaftsgärtner werden will und hab das dann verfolgt das ziel was ich besonders schätze ist einfach die abwechslung etwas zu konstruieren mir zu überlegen wie kann es funktionieren einfach eine idee umsetzen zu sehen wie etwas wächst der anspruch ist dass wir eine hohe qualität bauen in der ausführung dass es zusammen passt von der optik her dass es funktioniert und auch in der idee die dahinter steht also eine ganz umfassende beratung finde ich enorm wichtig und halb möglichst auch immer irgendwo etwas neues etwas anderes zu bauen die stärken des betriebes liegen ganz klar in der zusammenarbeit mit dem kunden unsere kunden schätzen dass sie kompetent beraten werden dass sie auf der baustelle immer einen ansprechpartner haben der ihnen erklären kann was getan wird und warum es getan wird und was wichtig ist der kunde muss etwas haben was für ihn passt wo er mit umgehen kann wo er freude daran hat und was seine bedürfnisse erfüllt los Untertitelung des ZDF, 2020